Moin, willkommen in Hamburg am Berliner Tor. Kleiner Rückblick – im Dezember 2020 lag hier nur ein Gleis für die Strecke nach Lübeck. Inzwischen, im April 2021, gibt es wieder zwei Gleise, die auch beide befahren werden – hier von oben, von der Brücke des Berliner Tordamms ausgesehen. Wir sehen gleich einen Regionalexpress nach Lübeck, der in diesem Fall auf dem Gleis auf der inneren Seite der Kurve, also in Fahrtrichtung links, fährt. Diese beiden Regionalbahnen fahren dagegen jeweils in Fahrtrichtung rechts. Gleise Gleise Mit diesen Abendaufnahmen sag ich Tschüß – und bis zum nächsten Mal! Get Untertitelung des ZDF, 2020